so hallo freunde bin wieder unterwegs und habe wieder was cooles gefunden das arsch kalt und ich glaube in der scheiß hütte darin wird es auch nicht viel wärmer werden aber wie gesagt ihr kennt mir ja da gehen wir jetzt rein und dann sehen wir uns gleich drinnen wieder bis gleich so freunde wir sind jetzt im im gebäude problem ist hier hat der zahn der zeit mehr genagt als wir uns erhofft hatten und zwar hier vorne wenn ihr das seht da geht es ins gebäude jetzt müssen wir nur mal gucken dass wir hier irgendwie drüber kommen dass man da rein kommen ich nehme euch mal mit wie gesagt wenn das video nicht online kommt dann dann liege ich halt noch hier glatt ist es scheiße das wäre ich jetzt mal nicht schneiden ihr dürft ihr ruhig mal sehen dass es gefährlich ist alles morsch aber das ist der eingang zum haus wie gesagt wir sind hier wahrscheinlich in irgendwelchen stallungen ich schätze mal dass hier irgendwie früher mal kühe schweine et cetera ziegen oder die ehefrau gehaust hat also noch ketten dies aber zu kurz bis zum herd ne war ein scherz und da hinten in die gebäude da gehen wir nachher rein das ist tenne und irgendwas aber ich nehme euch jetzt mal mit und wir gucken jetzt mal hier rein wir sind nicht die ersten mutter natur hat hier schon hat hier schon spuren hinterlassen in form von miezekatze und co und ich brauche paletten daheim aber respekt oder das schaut doch mal richtig genial aus wie ihr vielleicht von außen schon gesehen habt wahrscheinlich in dem haus keine scheibe mehr ganz das haus steht schon seit mehr sagen wir mal mindestens mindestens zwölf jahren leer und es gab wo erbstreitigkeiten mit den mit den erben des verstorbenen hier hier haben wir ein bad und die konnten sich irgendwie nicht einigen und sind dann so verblieben kriegt keiner verfällt und ja jetzt gucken wir uns die hütte mal weiter an wie gesagt das haus ist schon ziemlich verratzt ich weiß jetzt gar nicht ob wir überall hinkommen ich habe mir nämlich heute noch mal verstärkung mitgenommen weil das haus wirklich ziemlich riskant ist und man muss ja nichts riskieren also wirklich nicht mehr viel nicht mehr viel übrig aber doch irgendwie doch irgendwie interessant ja heftig das war ein klostuhl mit polsterung da konnte man das geschäft erledigen wie ein könig vom gepolsterten drohen das eier ablegen ah hier ist ein gang in die tenne da gehen wir nachher lang wow ich gehe mal von aus das war mal die küche ja gott sagt meine finger sind so kalt ich weiß gar nicht halt stopp ob der der fotos macht ein paar partys ok also ihr seht ihr freunde wir müssen hier ein bisschen mutig sein dass man nicht im ersten stock landen ich glaube da geht es hoch das ist echt heftig ja deswegen habe ich mir heute auch den django mitgenommen dass falls was passiert dass man dass man nicht alleine ist hier schaut die decke noch relativ gut aus hier geht es echt sieht zwar aus als ob sie mal gebrannt hat aber vielleicht stand der vorbesitzer irgendwie auf dunkle wände wir sind wahrscheinlich auch nicht die einzigsten 17 war wahrscheinlich schon mal jemand hier so jetzt haben wir glaube ich hier unten alles gesehen django wollen wir die treppe bruskieren? ich glaube nicht oder? ich glaube nicht ich glaube die lassen wir können wir rauf oder? das ist gut das ist nicht unbedingt für die ständig also wir probieren es nur für euch nur für euch gehen wir auf den Boden und da wo die wo sie aneinander stoßen ja aber hier müssen wir jetzt irgendwie rüber die räder sind geil hier bauen wir auch mal ein zimmerchen ich bleibe jetzt aber mal hier stehen weil da geht es runter in den ersten stock und da hinten naja da gibt es eh nichts zu gucken jetzt muss ich nur mal meine taschenlampe rauskramen ich muss nur mal gucken wo ich sie habe ich mache mal kurz pause bis gleich ok so bin wieder da schauen wir mal hier rüber da liegt noch ein schöner perser teppich und der teppich von der frau holle ansonsten ebbe gut schauen wir weiter gucken wir mal kurz hier rein Loch da liegt auch noch ein Wagen siehst du das? ja kreis aber hier wird noch eine neue Maschine neuer Maschine neuer Maschine? ok da müssen wir dahinter nochmal gucken vielleicht wird das hier doch da ist nichts mehr ok das war es jetzt hier oben wir gehen jetzt wieder runter da das ein bisschen tricky ist mache ich Kamera jetzt wieder aus und melde mich dann wenn ich unten bin wieder bis gleich so wir sind jetzt aus dem Haus wieder draußen wir gucken jetzt nur noch mal hinter in den Keller äh was heißt den Keller in die angrenzende Scheune wenn man da irgendwie obwohl tief können wir nicht fallen das sind bloß ein halber Meter wenn wir da hinkommen aber das das schaffen wir schon hält 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 so jetzt haben wir ein bisschen was zu erkunden haben wir noch aber irgendwie schaut mir das alles nicht so geheuer aus vor allem weil hier pisst es seit Jahren rein vor allem weil hier pisst es seit Jahren rein Treppe ist auch schon eingefallen wie gesagt tief wird man ja nicht fallen aber könnte auch trotzdem weh tun ja hier wenn du guckst hier ist ein Meter ungefähr Meter aber da ist auch nicht mehr viel da ist gar nichts jetzt gucken wir mal hier jetzt gucken wir mal hier jetzt gucken wir mal hier ein altes Fass hier waren die Kühe Kuh tränken im Fenster da wollte wohl jemand mal was machen oder probieren hier zu machen Haufen Viecher waren wohl hier schon drin und ein Haufen Schnee liegt hier drin Panzerglas Panzerglas auf jeden Fall mal so super heiß ok hier hinten auch noch zack Füße nass Schuhe nass alles nass hier scheiße ein kleines Loch wie gesagt sorry für die Verwackelung dauert nicht mehr lange dann habe ich meinen Gimbal und dann werden die Videos wackelfrei ruckelfrei Vorsicht hier geht es abwärts Boah knirpsch knacksch wow das ist aber mal alt das ist alt hier steht ein Auto drin hier steht eine Kaffee drin hier steht eine Kaffee drin keine Ahnung mal gucken ein Schulranzen Grundwasser keine Ahnung wie tief ist das hier ja guck mal Derby das ist so ein VW-Jetter geil wow glatt ist es knack knack brech mal ein liegen wir irgendwo irgendwo rum Reifen Feneberg ok knirtsch geil mein erstes Auto was ich gefunden habe mein erstes Auto ja ausgesaugt werden müsst ihr mal ja liegt ein Staubsauger liegt ein Staubsauger was ist denn das wisst ihr was das ist könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben auf jeden Fall das war's dann wie bitte ein Kinderschuh auf einem Auto das ist schon wieder gruselig wahnsinn Batterie alles noch da heftig heftig was ist denn für ein Baujahr steht was drauf neue Batterien da läuft der alte Autos laufen ja klar dann geht das los hier dann geht das los hier so und ja ich mach jetzt noch ein paar Fotos und die stelle ich dann natürlich mit ins Video und ja wir hören sehen uns demnächst machts gut euer David Ciao